Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Genius Invictus One Handstaubsauger. Ja, für Sauberkeit in den eigenen vier Wänden oder auch zum Beispiel im Auto zu sorgen, das ist natürlich sehr wichtig. Putzen macht aber vor allem auch nur dann Spaß, wenn man hochwertige Putzgerätschaften dafür einsetzt. Hier haben wir einen sehr interessanten Handstaubsauger aus dem Hause Genius. Sieht allein optisch, wie ich finde, schon echt modern aus. Das Amazon-Angebot zum Genius Invictus One Handstaubsauger werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst dir also sehr gerne einmal anschauen, wenn du dich dafür interessierst. Wie bereits gesagt, eine saubere Wohnung, ein sauberes Auto, das ist schon sehr wichtig. Aber wem macht Putzen schon Spaß? Wahrlich nicht vielen Leuten. Mit den richtigen Putzgerätschaften kann man seine Motivation dafür aber natürlich erhöhen. Und ich finde, hier haben wir schon ein echt interessantes Angebot aus dem Hause Genius am Start. Wir können uns ein paar Eigenschaften zum Genius Invictus One gerne auch noch genauer anschauen. Maximale Power im Handformat Der Invictus One ist ein kompakter, kabelloser, federleichter Handstaubsauger mit einem Hochleistungs-BLDC-Motor. Das klingt schon mal gut in Sachen Ausstattung. Mit seiner 2,5-fachen Saugkraft sorgt er für Tiefenreinigung auf allen Oberflächen und auf allen Polstermöbeln. Der Invictus One ist immer und überall einsetzbar. Egal ob Schmutz auf dem Sofa, im Auto oder an schwer zugänglichen Stellen wie Schränken, der Invictus One erreicht jeder noch so kleine Nische. Die Bedienung des Invictus One ist für jeden geeignet. Einfach den Powerknopf drücken und loslegen. Also eine einfache Anwendung ist, wie ich finde, ein großer Vorteil. Vor allem, wenn du nach einem auslaugenden Arbeitstag zum Beispiel nach Hause kommst, da willst du ja nicht ewig noch an einem Handstaubsauger herumfummeln, sondern er soll so schnell wie möglich loslegen. Und da finde ich auf jeden Fall cool, dass die Bedienung hier so einfach ist. Auch die Tatsache, dass du ihn zum Beispiel im Auto super einsetzen kannst, ist sehr praktisch, wie ich finde. Dann machen wir uns nichts vor, ein unsalberes Auto, das ist einfach sehr unangenehm. Aber das Auto zu reinigen ist meistens gar nicht mal so einfach. Es sei denn, man hat so einen praktischen Handstaubsauger, dann kann man das schon relativ einfach gestalten. Auch auf jeden Fall, was das Design anbetrifft, bin ich der Ansicht, brauchst du diesen Genius Invictus One Handstaubsauger auch nicht zu verstecken. Der sieht sehr modern und stylisch aus, wie ich finde. Ist natürlich nicht ganz so wichtig wie die Leistungsstärke. Die Leistungsstärke steht in der Tat immer im Vordergrund. Generell bin ich ein Freund von beutellosen und kabellosen Akkustaubsaugern. Das liegt einfach daran, dass ich finde, dass der Komfort in der Anwendung hier einfach deutlich höher ist. Wer will schon putzen, wenn ständig ein nerviges Kabel im Weg ist? Das macht doch wahrlich nicht so viel Spaß. Und da finde ich schön, dass dieser Genius Invictus One Handstaubsauger eben beutellos und kabellos einsatzbar ist. Gefällt mir insgesamt betrachtet wirklich sehr gut. Kann eine nützliche Ergänzung der eigenen Putzgerätschaften zu Hause sein. Muss aber im Endeffekt jeder Freund der sauberen Wohnung auch selber beurteilen. Oder des sauberen Autos. Je nachdem, wofür du den einsetzen möchtest. Ist immer deine Ermessensfrage. Hey, was für Putzgerätschaften brauche ich? Meiner Ansicht nach kann der Genius Invictus One Handstaubsauger durchaus eine sinnvolle Ergänzung für das eigene Putzzubehör sein. Das ist aber auch nur meine Einschätzung. Also mach dir auf jeden Fall noch dein eigenes Bild zu diesem Handstaubsauger aus dem Hause Genius. Mir gefällt das Angebot in der Tat. Das Amazon-Angebot zum Genius Invictus One Handstaubsauger werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst du dir also sehr gerne anschauen. Und wenn du dich dafür interessierst, ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass dir dieses Video gefallen hat. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute und Ciao.